Hallo, guten Tag. Heute zeige ich Ihnen Wicamman mit Funkversteuerung zur Steuerungsverlichter. Ich mache schon den Stroms ein, eingeschränkt. Und dann, wir machen diese. Im Voraus habe ich schon diese Kabel angeschlossen, um die Zeit verkürzen. Und Sie können schauen, hier ist der verholt Kabel. Und dann, ich mache diese beiden angeschlossen. Hier ist der Pluspol von Licht. Diese Stromversorgung von Funkversteuerung ist 12. Und dann, ich mache diese vier Middelspol angeschlossen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann später, diese ein bisschen einleiten. Diese Vernichtung ist ein bisschen viel. Schauen wir mal hier. Oh Scheiße. Okay, fertig. Jetzt zeige ich Ihnen Wicamman. Machen. Dieser Kontrollmodus ist talk. Und hier ist der näheren Test. Und hier ist dieser Kontrollmodus zu einstellen. Und wir schauen hier. Jetzt machen wir weiter. Ich ruge einen Test. Erster Kanal ist an. Und zweiter, dritte, vierte. Sie können schauen hier. verknall, 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 kleinzeitig blutens. Das heißt, getrennt. Sie betreiben getrennt. Aus. Schauen wir mal. Aus. Weg. Und noch einmal. Diese Heischweite von dieser Verbellenung ist ca. 200 in Freifeld. Und jetzt. Und. Diese. Ich mache auch diese Teile weg. Aus. Schauen wir mal. Auch einmal. Ein. Ein. Aus. Ein. Ein. Aus. Und Schauen wir mal. Hier. Jetzt mache ich diese alle weg. Und dann wird. Schauen wir mal diese Produkt. Diese ist der Receiv modul. Anfang modul. Hier ist der. Hier ist der Sturmfeld-Zorgung von 12 Spalungs. Und diese. Diese ist der 12. Bei uns gibt es auch EU-Sturmfeld-Zorgung von power adaptors. Und dann ich mache diese weg. Das ist die Gemeinsam, hier ist die Zeichen C-O-M, das ist die Hau, Schrauben hier ist N-C-C-O-M, und N-O bedeutet normale Öffnen und C-O-M bedeutet Gemeinsam und N-O bedeutet normale Schließens. Danke für Ihre Chance.